Ich habe mehrfach gesehen in Einspielen, wo es insbesondere um das untere Zuspiel, also das Baggern geht, und da habt ihr andere Bälle gehabt, nämlich kleinere Bälle. Die Annahmeleute arbeiten hier, nehmen den kleinen Ball, baggern mit dem kleinen Ball miteinander, mehr als 20 Kontakte pro Person, danach einfach so zu zweit, und dann nimmst du danach einen zweiten kleinen Ball dazu und baggern mit dem kleinen Ball, aber werfen auch einen kleinen Ball. Die erste Runde ist ohne Werfen, die zweite Runde ist mit Werfen. Zweimal 20 pro Person. Wir benutzen kleinere Bälle, weil wenn ich einen kleineren Ball benutze, muss mein Brett noch besser sein, weil einfach die Abweichung größer ist. Habe ich einen großen Ball, ist die Chance, dass ich die auf eine ordentliche Weise auf mein Annahmebrett bekomme, sehr groß. Wird der Ball kleiner, muss mein Annahmebrett noch präziser sein und muss ich den Ball noch präziser treffen, um ihn richtig spielen zu können. Und du hast dann eine Anforderung, heute im Training hattest du 20 Mal, die der Ball hin und her gespielt werden muss, ohne dass er runterfällt zwischendurch. Absolut, die Anforderungen sollen nicht zu leicht sein, weil ein-, zweimal das machen, das geht. Wenn man längere Serien macht und höhere Zahlen erreichen muss, dann geht der Glückfaktor raus und muss man sich auch besser und langer konzentrieren, genauso wie im Spiel. Beide Runden gemacht? Und geschafft? Gut, okay, prima, dann können die kleinen Bälle weg. Beide Runden machen. Beide Runden machen. Vielen Dank.